Heute für euch hier extra aus der Hochschule Harz aus dem Foyer zur Halloween-Party. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was für Geister hier sind und was für Gestalten hier rumlaufen. Also kommt mit! Wie findest du eigentlich die Halloween? Cool! Weißt du eigentlich die Bedeutung über Halloween? Nochmal! Weißt du die Bedeutung über Halloween? Nein! Magst du sie mir erzählen? Halloween ist ja das, wo sich die Hexen sowas treffen zum Ausvertreiben von Halloween. Genau. Die Geister würde ich mal einfach vertreiben direkt. Mhm. Also, was stellst du eigentlich denn da? Stimmt eine Hexe. Nein, ich bin eine Psycho-Doll. Guck mal hier, ich bin eine Puppe, die kaputt ist. Die muss man mal von vorne sehen. Ich kann nur sagen, immer noch sie ist scharf. Auch als Puppe ist sie scharf. Dankeschön. Ja! 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 Ich bin hier lernt ja auch was neben all der Party! Ja! Ich möchte euch eure neuen Moderatorin bei Campus TV gleich mal zeigen. Ja ja und ich lerne jeden Tag was dazu. Aber ich werde jetzt mal die Ghostbusters interview und machen Yep! Die wissen, woher der Brauch von Halloween kommt. Ich hol die Maschine hierher. Ja, hol sie mal her. Also, ich werde die Ghostbusters jetzt mal fragen, ob sie wissen, woher der Brauch von Halloween kommt. Liebe Ghostbusters, wisst ihr denn Bescheid darüber, wo der Brauch von Halloween herkommt? Das ist erfunden Geschichten aus Amerika, um Geld zu verdienen. Alle Fumbug. Im wahren Leben spielt sich das alles in den Bäumen ab. Das ist tagtäglich. Wir merken das an jedem Arbeitstag. Und heute nehmen wir uns mal ordentlich eine Auszeit. Denn heute ist Feierabend. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit, ja. Auf allen Dingen, hier sieht man ja, was hier alles für Gestalten rumrennt. Das haben wir alle eingepackt. Wir haben das hier alle eingepackt. Okay, Respekt, Respekt. Ihr seid jetzt hier auf der Foyer-Party mit dem Thema Halloween. Wie gefällt es euch denn bisher? Feierabend, ihr habt den Geist als Menschen und wir müssen die noch rausfiltern. Und dann schnappen wir sie uns alle. Das ist echt gefährlich hier. Echt gefährlich. Jeder könnte ein Geist sein. Sogar du. Okay, jeder könnte ein Geist sein. Na gut. Du bist, was bist du? Ein Geist. Ein Geist, der für unsere... Muss jetzt vertrieben werden? Ja. Ungünstig. Ja, pass mal auf. Das sind die Ghostbusters auch hier, wa? Ja, pass mal auf, wie schnell das geht. Jetzt ist sie nicht weg. Nein. Wie findest du hier die Foyer-Party eigentlich? Bis jetzt ganz cool. Es ist frei, man kann sich bewegen. Wie findest du denn die Party bis jetzt? Ich denke mal, es kommt ganz gut an. Also von daher, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe bisher nur ein Positives gehört. Kennst du die Bedeutung von Halloween eigentlich? Ja. Erzähl mal. Die Bedeutung von Halloween ist eigentlich, dass man die bösen Geister vertreibt, weil man früher halt Angst vor diesen bösen Geistern hatte und es ist eigentlich mehr oder weniger ein religiöses Fest. Und es hat sich erst zu dieser Partykultur entwickelt durch die amerikanischen Einflüsse. Aber es kommt ursprünglich aus Europa. Wo genau? Oh, da kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich weiß, woher. Du weißt? Transylvanien. Ah, bestimmt. Kannst du euch was sagen? Guck mal. Wie willst du auf die kommen, überhaupt so eine Halloween-Party zu machen? Einmal sind wir von Hartz IV ja sowieso ein bisschen düsterer, beziehungsweise die Leute legen uns das praktisch an. Und zum anderen gab es noch keine. Beziehungsweise es gab mal eine, das war lange vor unserer Zeit. Und insofern haben wir uns gedacht, wir machen das einfach. Weil das für uns auch ein richtig großes Event ist. Und wir wollten das gerne mit anderen teilen. Gibt es denn auch die nächsten neuen Partys von euch? Guck mal, ich hoffe mal, dass wir Walpurgis oder das nächste Halloween auch noch kriegen. Weißt du denn die Bedeutung über Halloween? Weißt du die Bedeutung über Halloween? Ja, natürlich. Das wäre nicht ich, wenn ich mich nicht beschäftigen würde. Das Original Halloween stammt aus Irland. Damals hieß es Samhain. Und da haben sich die Leute verkleidet, um von Geistern nicht erkannt zu werden, weil es heißt, dass Geister in der Nacht auf Erden wandeln dürfen. Und da wollte man nicht gefressen werden. Wie sah es denn früher aus, das Halloween? Weißt du das sogar? Ich nehme an, ich kann ja nur annehmen, dass die Leute eben sich nur leicht verkleidet hatten und Süßigkeiten vor die Tür gelegt. Kinder wurden damals übrigens eingesperrt. Und gut, vielleicht sollte man das heute auch machen. Egal. Ähm, ja. Es war halt ein besonderer Kick, gerade für junge Leute dann unmaskiert zurückzugehen. Was stellst du denn überhaupt dar? Ähm, ich wollte ursprünglich gehen als The Crow. Und leider hat das Geil nicht ganz mit meinen Haaren gepasst. Also muss ich jetzt nur mit der Schminke auskommen. Ich kann nur sagen, die Partie ist bisher sehr okay. Es könnte ein bisschen Forderloch werden und mehr Action sein von den Halloween-Kostümen, in allem Fall. Aber sonst könnte ich sagen, nächstes Jahr machen wir es nochmal. Wenn wir es schaffen, gern. Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet, ehrlich gesagt. Wie viel hast denn du gerechnet? Wir haben angesetzt knappe 250 bis 270 und es sind jetzt etwa 300 hier. Okay, also kann ich nur sagen, Campus TV wird sich nächstes Jahr nochmal hier melden und noch viel, viel, viel Spaß hier und man sieht sich ja nächstes Jahr, wa? Das hoffe ich.